In der breiten Schweizer Öffentlichkeit ist es vielen sicher nicht bewusst, dass die Schweiz jetzt im Kolonialismus involviert war. Wir sind uns bewusst, dass alle, die wir hier leben, in irgendeiner Weise vom Wohlstand der Schweiz profitieren. In dieser Darstellung hat die Schweiz den Rang einer mittleren imperialistischen Macht. Wie können wir da eigentlich überhaupt auf Augenhöhe uns begegnen, wenn da so viel Macht auch in dieser Begegnung drin ist? The blackness in me is someone else's narrative about me. Und wenn ich sage, ich komme aus dem Emmental oder ich lebe in Nordpunt und dann nachgefragt wird, woher ich wirklich komme, dann macht es mich wütend, dass meine Antwort nicht akzeptiert wird. In Benin gehöre ich zu Mehrheitgesellschaft, also Mehrheit schwarzer Personen. Das habe ich meine Schwarze sein noch nie so wahrgenommen als bevor ich hier nach Deutschland kam. Und wenn du bist so weiss, dann sagst du wie, ja, so eben, ja, das ist einfach. Und es ist eigentlich, was es ist, dass Africa, you know, becomes a place where raw materials are extracted, you know, and these raw materials are sent outside the continent to process into manufactured goods. And the surplus manufactured goods are then now brought back onto the continent so that, you know, exorbitant prices, you know. How it's for you, what's the coloniality and the colonial? The coloniality for me is the art of saying no, when everybody thinks that you should be grateful. Schön. Schön. Hey, kannst du dich gut strahlen? Wow. Es ist im Wohnen. Kannst du dich strahlen? Darf ich deine Haare an? Nein! Lasst uns nicht im Tal der Hoffnungslosigkeit schwelgen. Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation erhebt, die wahre Bedeutung ihres Glaubensbekenntnisses auslebt und folgende Wahrheit als selbstverständlich gilt. Alle Menschen sind gleich viel wert. I think we're in a crucial moment, because this moment is not just about participation, right? We've seen, I mean, I have a close tie to the US context, we have a class struggle going on within the black community. We've seen a black president bombing the whole world with his administration, right? So it's a decolonization is really about radically transforming and not including or participating in some kind of systems. Ich finde den Gedanken schön, dass wir alle etwas von unseren Vorfahren in der DNA in uns tragen. Es ist, als würden sie sagen, sehe und höre zu. Du bist das Resultat der Liebe von Tausenden. Everybody is talking about the end of the world, and we are living in the end of the world. And we're like... Which world? One time. Wir müssen neue Formen finden, wie transnationale Solidarität entstehen können und wie alternative Geschäftsmodelle entwickelt werden. Wie transnationale Solidarität entstehen können The Tour de Colonial is a collective project that finds its force in a dance program that is itself a contradiction to the colonial project. The people who offer movies, workshops, lectures, performances, they invite us to have the courage to unlearn what we have learned, to overcome the barrier between body and head, and to take action. Strike it again and not stop until the people gather.